Radio SAW, morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Joachim, mit dem Frühstück bin ich durch. Kannst du das hier in die Spülmaschine rollen? Oh Mann, glaube ich, Mann, eigentlich. Danke. Ach du, übrigens, Konrad Adenauer wird ausgeschlachtet. Was? Ja, der Airbus, der so heißt, die A340. Ich meine, das Ding hat ja auch dauernd Pannen, nicht? Irgendwas war immer. Ladeklappe klemmt, Kerosinpumpe in der Grütze, Reifenplatt. Ich bin in das Ding ja ohne Werkzeugkasten gar nicht mehr eingestiegen meiner Zeit. Aber irgendwie hänge ich noch an der Kiste. Ich habe da mal mit Sarkozy einen tollen romantischen Transatlantik-Flug in den Sonnenuntergang. Bitte? Ach, nichts, Joachim. Ja, ich komme, ja. Du, ich muss jetzt auch los. Ach, ich meine, Joachim. Und wenn die Flugbereitschaft anruft und sie meinen Ohrstecker gefunden haben, dann sollen sie ihn herschicken. Ich sage jetzt mal lieber nicht, wobei ich den verloren habe. Tschaui. Apropos Romantik. Guten Morgen, Robert. Pff, guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, ich habe gehört, unsere Regierungsmaschine wird ausgemustert. Äh, ja, die Konrad Adenauer, nicht? Genau, da ist die Baerbock doch auch viel mit geflogen. Äh, ja, also geflogen ist gut, wenn das Teil den Boden überhaupt mal verlassen hat, nicht? Ja, aber jetzt kommt mein Punkt. Seid ihr sicher, dass ihr den nun ausgerechnet ausmustern wollt? Äh, pff, bitte? Ja, natürlich. Naja, ich dachte nur, dass so ein Pannenflieger, der sich nur selten in die Lüfte erhebt, doch eigentlich ganz hervorragend und auch symbolisch zu eurer Ampelregierung passt, was? Äh, Frau Merkel, echt jetzt? Also, ich sage Ihnen mal was. Ja? Ihre Witze, nicht? Die sind auch, äh, Panne. So. Oh, zurückgewitzelt. Süß. Oh, Rupert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAB.